Wir haben die Meadow Robotics GmbH im Jahr 2017 in St. Georg Roth gegründet. Unser Team besteht aus drei Leuten. Der Pascal ist unser Vertriebsleiter, er ist Elektroniker für Automatisierungstechnik. Unser technischer Leiter ist der Martin, er ist Maschinenbauingenieur und ich habe Informatik studiert und bin für die Geschäftsleitung verantwortlich. Wir bauen mobile Roboter für den Außeneinsatz. Unser erstes Produkt ist der Range Robot, das ist ein Sammelfahrzeug für Golfbälle auf einer Driving Range. Die Idee ist schon ziemlich alt. Ich habe auf der Driving Range gearbeitet als Aushilfe und habe selbst Bälle dort eingesammelt. Das ist eine ziemlich schwere Arbeit, man muss die ganzen Bälle rumtragen und damals war das, als wir gesagt haben, Mensch, das müsste man doch besser machen können. Dann haben wir uns das angeschaut und haben erkannt, es gibt schon sehr viel automatisierte Maschinen um diesen Prozess herum. Aber das Einsammeln an sich, das ist der letzte verbleibende manuelle Prozess und den automatisieren wir jetzt. Das Range Robot System zeichnet sich dadurch aus, dass es besonders einfach in der Handhabung ist. Wir haben eine spezielle App zur Steuerung von einem Gerät und das Gerät arbeitet dann voll automatisch, also ohne weitere Eingriffe vom Benutzer. Range Robot bringt viele Vorteile mit sich. Das Gerät macht keine Geräusche, verliert keine Bälle. Die Belastung für die Rasenfläche ist sehr gering. Die Golfer müssen keine Rücksicht nehmen auf den Ballsammler. Die Betriebskosten des Sammelsystems sind sehr gering gegenüber den herkömmlichen Maschinen und Geräten, die eingesetzt werden. Der Sammler sammelt 24 Stunden, sieben Tage. Wir vertreiben das Range Robot System über Händler, da unsere Kunden bereits etablierte Händler für ihre Driving Range haben. Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat einen neuen Geschäftsbereich, die Smart Factory und übernimmt da die Produktion und Serienprozessvorbereitung für junge Unternehmen. Außerdem ist sie international aufgestellt und wird auch die Logistik für unser Produkt übernehmen. Wir haben letztes Jahr eine große Marktanalyse gemacht und konnten dadurch unsere Zahlen bestätigen. Wir haben mit über 800 Clubs in Deutschland einen der größten Märkte in der EU. Der größte Anteil in Europa ist das Vereinte Königreich. Wir haben dort circa 2500 Anlagen und somit auch ein sehr interessanter Markt in den nächsten ein, zwei Jahren für uns. Weltweit haben wir ein gesamtes Marktpotenzial von circa 36.000 Clubs. Der größte Teil dieser Clubs befindet sich in der USA, was für mittelfristige Markteintritte für uns ein sehr interessanter Markt wird. Ab April beginnt unsere Pilotphase. Wir arbeiten mit fünf unseren Partnern aus der Region zusammen, die uns während der Entwicklung schon wichtiges Feedback geben. Die Zusammenarbeit mit der Metal Robotics ist total unkompliziert. Man erreicht ständig jemanden, man geht auf unsere Wünsche ein. Automatisierung im Golfclub ist ein Weg der Zukunft. Es gibt ja jetzt schon selbstfahrende, mehr Roboter und dementsprechend ist das Sammelsystem von Metal Robotics natürlich auch für uns hochinteressant. Wir haben natürlich langfristig gesehen, wollen wir damit Kosten sparen. Aber unabhängig davon ist natürlich so ein modernes System auch für uns ein Aushängeschild. Wir sind ein sehr innovativer Golfclub und da passt es natürlich gut in unser Konzept hinein. Die Pilotphase dauert in etwa sechs Monate. Über diese Zeit wird das System im Realbetrieb getestet und über die kurzen Wege haben wir die Möglichkeit schnell und einfach in dieses System einzugreifen. Wenn man auf das vergangene Jahr zurückblickt, haben wir mit dem Team doch schon allerhand erreicht. Wir sind im Gespräch mit Investoren, wir sind im Gespräch mit verantwortlichen Leuten, um unser Pilotprojekt fortzusetzen. Aber ein ganz wichtiger Baustein ist auch das Team zu einer Unternehmenskultur heranzuführen, um daraufhin ein Fundament zu schaffen, wo man weiter aufbauen kann. Wir planen damit, 2019 einen Umsatz von 500.000 Euro zu erzielen und wir möchten bereits in drei Jahren den Break-In erreichen. Wir werden die Crowdinvestment-Mittel dazu verwenden, die Produktion bei der Heidelberger Druckmaschinen AG zu beauftragen. Außerdem möchten wir einen zusätzlichen Mitarbeiter einstellen, der uns bei der Entwicklung unterstützen wird. Unsere Vision ist aus dem Know-how und der Basis, die wir uns mit dem Range-Robot geschaffen haben. Weitere Roboter für den Außeneinsatz zu entwickeln. Investiert jetzt in MEDA Robotics. Auf Wiedersehen! Weitere Roboter! B Elizabon hat die Antwort werden und sehr, sehr cool aus! Steigart! Versteigert hier mit jersey und ste sectenden Zeichern. Achtung! Da!